Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch, wie man Bruch durch Bruch rechnet anhand eines ausführlichen Beispiels. Unser Beispiel lautet, ein Sandberg soll mit einem LKW abtransportiert werden. Hier ist der Sandberg, 16 Tonnen, der LKW kann 4 Tonnen transportieren. Wie oft muss der LKW fahren, wenn er 4 Tonnen abtransportieren kann? Ganz logisch, 4 mal. Der LKW muss 4 mal fahren, doch wir kommen auf die Antwort 4. Hier, wir rechnen die 16 Tonnen, geteilt durch die 4 Tonnen, ergibt 4. Das war jetzt noch einfach, also machen wir weiter. Wie schaut es jetzt aus, wenn der LKW nur eine Tonne transportieren kann? Wie oft muss er also dann fahren? Logischerweise, er muss 16 mal fahren. Wie kommt man jetzt auf das Ergebnis 16? Wir rechnen wieder die 16 Tonnen, geteilt durch die eine Tonne, die er transportieren kann, ergibt 16. Auch noch ganz einfach, also sofort weiter mit dem nächsten Beispiel. Wie schaut es jetzt aus, wenn der LKW nur noch eine halbe Tonne transportieren kann? Wie oft muss er also fahren? Die Antwort, der LKW braucht 2 Fahrten für eine Tonne. Diese 2 Fahrten muss er jetzt also 16 mal machen. Insgesamt muss er also 32 mal fahren. 32 ist unser Ergebnis. Die passende Rechnung, 16 Tonnen, geteilt durch eine halbe Tonne, ergibt 32. Auf zum nächsten Beispiel. Jetzt kann der LKW nur noch eine Drittel Tonne transportieren. Wie oft muss er also fahren? Die Antwort, der LKW braucht jetzt 3 Fahrten für eine Tonne. Und diese 3 Fahrten muss er also insgesamt 16 mal machen. Er muss also insgesamt 48 mal fahren. Die passende Rechnung, 16 geteilt durch ein Drittel, ist gleich 48. Und wir erkennen, man multipliziert also die Zahl 16 mit dem Nenner 3. 16 mal 3 ist 48. Und das merken wir uns für das letzte Beispiel jetzt. So, jetzt kann der LKW 2 Drittel Tonnen transportieren. Wie oft muss er also fahren? Die Antwort, der LKW braucht jetzt 3 Fahrten für 2 Tonnen. Denn 2 Drittel plus 2 Drittel plus 2 Drittel sind 2. Und diese 3 Fahrten für 2 Tonnen muss er insgesamt 8 mal machen. Er muss also 24 mal fahren. Die Rechnung ist, wieder 16 geteilt durch 2 Drittel ergibt 24. Doch wie kommen wir auf die 24? Wir wissen von gerade eben, man multipliziert also die Zahl 16 mit dem Nenner. 16 mal 3 ist 48. Und dividiert dann durch den Zähler. Also durch 2. 48 durch 2 ergibt 24. Was haben wir gemacht? Wir haben die 16 mal 3 gerechnet. Und dann durch 2 geteilt. Wir wissen, ist im Zähler ein Produkt, kann ich einen der Faktoren entweder vor oder hinter dem Bruch ziehen. In dem Fall die 16 vorderen Bruch. 16 mal 3 halbe ist also 24. Das gleiche wie unsere ursprüngliche Aufgabe. 16 geteilt durch 2 Drittel war auch 24. Wir erkennen, geteilt durch ein Bruch ist das gleiche wie mal und den Bruch umgedreht Zähler und Nenner vertauscht. Also geteilt durch ein Bruch ist das gleiche wie mal den sogenannten Kehrbruch, bei dem wir Zähler und Nenner vertauschen. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt es in die Kommentare. Bis bald!